Also wenn ihr verheiratet seid oder verpartnert seid und euren Partner über Tinder betrügen wollt, dann muss es jemand sein, der Single ist. Sag ich ja nur. Ja. Oder der eine Zweitwohnung hat. Weil wenn du nicht Single bist und sie nicht Single ist, dann bedeutet das ja für euch, was heißt denn das? Dann musst du es im Auto treiben oder wie? Nö. Am Strand wäre es auch kein Problem. Aber es gibt keinen Strand in Berlin. Am See. Aber irgendwann wird Herbst. Ladylike, die Podcast Show, der Talk über Sex, Liebe und Erotik.